Guten Morgen, meine Lieben, meine Lieder. Es ist sobald Lieders Voice beginnt, von neuem. Heute möchte ich über etwas sprechen, was die meisten Menschen sehr bereuen, den Kontakt zum Thema Erfolg. Viele Menschen jagen danach, suchen danach nach dem Weg, nach der Abkürzung zum Erfolg an sich und verlieren sich über Jahrzehnte, Jahre, Monate, Wochen sich selbst. Ich hoffe, dass du nicht davon betroffen bist, dass du eine Person bist, die sagt, ich muss erfolgreich werden, auf Teufel komm raus. Jeder definiert Erfolg auch ein bisschen anders und ich muss sagen, immer wieder erlebe ich Menschen, die tatsächlich zusammenbrechen, weil sie diesen Erfolg nicht erreicht haben, wenn sie 40 sind, 30 sind, 50 sind oder älter. Und es ist hart mit anzusehen, wenn man ältere Menschen sieht, die tatsächlich vom Herzen her zerbrechen und es auf Krampf immer noch versuchen, erfolgreich zu sein. Vielleicht geht es deinem Vater, deiner Mutter so oder deinem Partner so oder vielleicht sogar dir selbst. Fahr mal eine Stufe zurück, Tempo drosseln und guck mal wirklich, worauf es ankommt. Erfolg sollte nicht an die erste Stelle kommen, sondern deine Gesundheit, die Gesundheit deiner Familie. Von daher wünsche dir viel Erfolg, viel Geduld und auch innere Ruhe, die du mitnehmen kannst, die du auf andere Menschen überträgst. Ich wünsche dir damit einen guten Start in den Tag und einen guten Start in deiner Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Mein Lieder.